Bist du ready? Dann hol dir jetzt ein eigenes, flauschiges Plüschtier für zuhause! Saftig, Manfred, Totem, Blocky, Meloni, Baby Chaos Row und viele mehr! Mit dem eigenen Plüschtier deiner Seite begleite ich deinen kleinen Freund durch den Alltag! Nur jetzt auf shop.chaoswitzi.com! Hi Leute, ich bin mal Chaos 540 und willkommen zu einer Brandeinfolge MeinGeschuft! Aber es verfolgt uns... Es... Sie... Er... Isi? Isi, was passiert, wenn ich dich jetzt schubs? Die Liebe... Isi, du weißt gar nicht, wie hart ich grad drücken wollte! Oh, Blum! Ja, Leute, wir haben heute verfolgt vom S, dem bösen Clown Pennywise, der irgendwie in keine Stationen lebt und gruselig ist. Ratten frisst! Und Ratten frisst! Oh mein Gott! Und Leute, wir haben heute hier das saftige Totem-Galaxy-Overprint an! Isi, äh, is das T-Shirt! Der Kopf ist beim T-Shirt! Ich bin nicht Isi, ich bin das T-Shirt! Oh mein Gott! Ja! Leute, wenn ihr Isi kaufen wollt... Hey! Ey! Wenn ihr das hier kaufen wollt, hier, shop.kaoswitz.com hier, ist ein zukunft futuristisch-artiges pink-grünes Design, äh, was in der Galactus-Kategorie gibt. Richtig sick hier! Permanent im Shop hier, ebenso wie das T-Melone-Donut-Design. Wenn ihr Donuts mögen, könnt ihr so ein kleines Loch in der Mitte. Schaut vorbei! Und gönnt es euch! Okay, alles klar! Leute, wir starten hier heute auf einer... auf einer Riesensavanne! Guck mal! Auf einer Riesensavanne! Auf einer Riesensavanne! Auf Höhe... Auf Höhe 200! Okay, warte, Isi, ich hab ne Idee! Okay, und es geht los! Wie kommen wir denn runter? Alles Leute, lasst einen Daumen hoch, dafür mehr Mindshot verfolgt hier! Äh, kommt da... Warte mal Flo, Flo, bleib mal stehen! Nein! Guck mal! Dein Kopf hat die Farbe von dem Gras! Original! Hä, mein Kopf hat... Hä, stimmt das wirklich? Okay! Wir könnten mit dem Boot runterfahren! Ja, lass den Boden machen! Okay, ich seh schon, ich werde so sterben falsch haben! Wieso, hä? Okay, okay, okay! Ich glaub, es geht sich aus mit dir! Ist das wirklich, dass man, wenn man 32 Blöcke runterfällt, stirbt? 42? Ja, ich glaube! Ich weiß nicht, ob's in der Version... Es ist ein 1.16.1, also ein 1.17, wo wir spielen, kann's vielleicht gefixt sein! Okay! 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 Äh, gibt's unten noch mehr Holz hier, oder? Okay! Ich seh den Ruined Portal! Okay, ist er? Ready? Komm her! Jaja, let's go! Mach das Boot hin! Und? Yeah! Oh mein Gott! Wow! Was war da denn los? Okay, auf geht's! Und, äh... Hier drüben war der Ruined Portal! Komm, hier ist in der Höhle! Wir sind in der Höhle drinnen gelandet! Ah! Hey Leute, ich liebe dieses Biom! Dieses, äh, Amplified Savannen Biom oder wie das heißt hier! Okay! Ist deine Aufgabe, ist es Holz zu sammeln? Weil ich glaube, wir haben schon wieder kein Dorf! Leute, verfolgt wird von Folge zu Folge schwerer! Wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da! Abonniert mich für mehr Verfolgt hier! Äh, es kommt zweimal Woche raus! Jeden Dienstag, jeden Freitag! Aber, Leute! Ich glaube, ab, äh, ab jetzt gilt das nicht mehr! Ich glaube, ab jetzt kommt's im Mai jeden Samstag 15 Uhr raus hier! Also, da müsst ihr einschalten, Samstag! Beste Zeit! Ja, 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 ja! Samstag 15 Uhr! Weil ab, äh, Mai kommen jetzt wieder neue Serien! Neues PvP-Projekt und Horror-Projekt auf dem Kanal! Also, Leute! Könnt ihr euch schonmal freuen! Äh, ich geh mal zum Ruined Portal runter! Willst du mit runterfahren? Äh, ich glaub, du bist eh nicht mehr bei mir! Äh, lass uns mal beim Portal nachher treffen! Okay! Und, Leute! Letzte Folge reichte mir auszuschecken! Letzte Folge wurden wir verfolgt von SCP-049, dem Seuchendoktor! Und, Leute! Das Ende war mal insane! Wir mussten eine Mauer... Oh! Bauen! Oh mein Gott! Ich hab mal zwei Damage von einem Hit bekommen! Ich weiß nicht warum! Okay! Äh, wir haben zwei Schaufeln! Ich nehm die hier! Und wir haben Looting 3! Also, wir sollten heute einen Stand-Run haben! Okay, so! Du kannst die Silk-Dart-Schaufeln haben! Okay, so! Haben wir... Dings! Wir sollen mal gleich... Haben wir, äh... Äh... Ne, oder? Ich hab Holz geholt! Willst du haben? Äh, mach mal! Genau! Mach mal! Ja! Hier! Ich kann eine Goldachse machen! Einen Stack hast du geholt! Okay, sehr gut! Ja! Haben wir Goldrüstung oder so? Ich hab ein Eisen von Nuggets! Ich hab goldene Kratten! Ich hab das, was wir anhaben! Zählt als Gold, oder? Äh... Leute! Stimmt! Das Totem Galax-Rower-Prinziert als Gold! Das ist... Was ist das? Hä? Hä? Der ist ein Luftballon! Hä? Was ist das, Flo? Warte mal! Führt uns! Bei diesem Schiffswrack! Hä? Willst du uns zum Schiffswrack führen? Komm mal mit hier! Was ist das Luftballon? Leute! Ich dachte eigentlich, wir werden von S verfolgt! Ich hab die Filme nicht geguckt! Warte mal! Hat der vielleicht einen Luftballon? Ich glaub, der... Hat der einen Luftballon? Ich weiß nicht! Ne, das ist glaub ich nicht S, oder? Ich weiß nicht! Äh... Hallo lieber Luftballon! Vielleicht ist das ein... Ein Helfer von uns! Oh mein Gott! Ist hier viel Eisen drin! Oh mein Gott! Ernsthaft! Warte mal! Warte mal! Oh mein Gott! Okay, warte mal! Äh... Ich geb dir... Äh... Ich geb dir die Hälfte ab hier! Hier! Und... Hier ist glaub ich... Ja! Genau! Die Chest! Buried Treasure! Leute! Wir können uns eine Schatzkiste holen! Der Luftballon ist weg! Ja! Das Boot auch! Ne! Ich hab das Boot! Okay! Wir könnten eigentlich nicht da! Aber... Äh... Ich hab nicht genug Essen! Ich hab 10 goldene Karotten! Du hast glaub ich nix, oder? Ich geb dir mal die Hälfte! Ne! Hier Hälfte! Äh... Normal in äh... Schatzkarte ist sie! Findet man... Also bei einem äh... Bei einer Buried Treasure... Findet man Fische! Gekochte manchmal! Und damit können wir... Glaub ich den Run schaffen! Ich bin mir nicht ganz sicher! Hier sind noch Schildkröten! Ui! Wie süß! Okay! Äh... Sache ist, Leute! Warte mal! Ich mach mir erst mal... Guck mal wie schnell die sich bewegen! Hahaha! Ich seh's! Äh... Brauchen wir irgendwas noch? Goldrüstung! Ich mach mir wieder einen Notfall! Mal einen Goldhelm! Ich weiß, ob ich ihn wirklich brauch! Hier ist so Eisen Nuggets! Kannst vielleicht noch was craften! Eisen Nuggets! Oh stimmt! Ich hab noch gar keine Eisenspitzhacke geschafft! Aber so mit zwei Eisen! Eisen Nuggets! Ach Flo! Okay! Ich glaub das ist hier! Jaja! Direkt hier sehe ich! Mit Seegras! Äh... Glaub ich! Seegras! Okay! Komm jetzt mit! Komm jetzt mit! Lass mal zuerst den Schatz holen! Nein! 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 Ich will die erst füttern! Ja! Dann hol du erstmal! Hier ist auch ein Delfin! Hier ist auch ein Delfin! Ich glaub nämlich, dass es hier... Es gibt das Strand, wie man das normal finden kann! Ja! Genau! Hier auf der Insel! Äh... Es gibt nämlich die 9-9 Strand! Weil immer, Leute! Im 9-9 Bereich von einem Junk generiert das Ding! Das findet man sofort! Wo bist du? Ich... Ich... Ich hab ein Boot! Kommst du? Ja! Ich hab ein Boot gekraftet! Ein Boot hast du gekraftet! Ich hab jetzt Eisentuch! Äh... Ein Delfin unten, glaub ich! Okay, komm her! Ich glaube... Warte mal! Wo ist das hier? Hier ist ein 9! Und hier ein 9! Genau hier! Das ist ein geiles Strat! Wie viele gar nicht will! Was zum... Hä? Ich sehe! Hä? Ich dachte wie... Hä? Hä? Warte... Ich sehe eine Kiste! Warte, hast du... Warte, hast du... Was ist hier dann? Was ist du? Okay, Spaß! Nein, ich lach doch nicht so blöd! Ja, was ist das jetzt hier? Eine Kanalisation von S? Von dem Clown? Guck mal, hä? Da ist irgendwas? Was ist hier? Hier ist irgendwas rotes? Nein! Nein! Oh! Okay, ich mach's wieder hin! Water Force Set! Mach's wieder hin! Das war, glaub ich, nicht so schlau! Ich hab so'n Wasseranschluss! Nee! Warte mal! Sie wohnt nicht S? Also Pennywise? In der Kanalisation? Bist du sicher? Okay... Ich mein... Ich will schon mal eine Schatzkiste haben, Leute! Jetzt wird den ganzen Weg gemacht! Ich mein, hier ist eh Ende! Hier ist Sackers! Also... Schau du hinten! Ich glaub, hier kann sie nicht sein! Äh... Ja, wir haben gekochte Fische! Zehn! Okay, ich seh, das war sowas von Werf! Du kannst mir sagen, was du willst! Drei Dears haben wir! Gold, Eisen! Äh... Und... AAH! Lauf! Weg, weg, weg! Oh mein Gott, warte! Was? Nein, 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 nein! Bau zu, bau zu, bau zu, bau zu! Ich bau zu! Da ist eine Ecke! Nein, oh mein Gott! Guck mal, ich geh's raus, ich geh's raus! Wo geh's raus? Oh mein Gott! Passt du das? Okay, Leute! Und ich dachte, es ist der Friedliche Folge heute! Hop, 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 hop! Der kommt gleich raus! Kommt der rein! Oder wohin? Portal, Portal, Portal! Portal! Leute, was? Leute, ich dachte, da ist der... Easy! Ich dachte, du hast nach links geguckt! Wenn du standest da, ja! Da war so ein kleines Loch und da war da drin! Ah, die, die muss sie... Diese Sounds von dem... Ja... Okay, du hast das Boot! Ah, ich hab noch eins! Ja, lass schnell machen, lass schnell machen! Äh... Ich hab alles! Äh... Warte, hast du genug Essen? Ich geb dir mal die Fische! Aha! Äh... Vegan... Oder warte, nimm du die Krotten! Ich glaub, du willst dir keine Fische, gell? Äh... Goldblock hast du? Aha! Ja? Brauchst du was? Ja, du musst weggehen! Hä? Geh weg! Hier! Hier! Au! Jetzt hörst du dich selbst an! Nein, das ist das Ding hier! Okay! Halt aus, schau! Halt aus, schau! Ich glaube, wohnt ihr nur in einer Station, wir sollten hier safe sein, oder? Warte mal! Weißt du, was mir gerade einfällt, ich sehe? Nein! Komm ran! Der Luftballon hat uns zu einer Schatzkarte geführt, damit der uns da hinführt! Oh mein Gott! Äh... Oh mein Gott! Hast du den Goldblock? Äh... Ey, Leute, was ist das für ein Nether-Spawn hier? Fest zum Untenbeißchen! Äh! Komm rüber! Das könnte ein sehr schneller Run werden! Ein schärfen Fünf-Schwert, kannst du nehmen, ich sehe! Was? Ein schärfen Fünf-Schwert? Eisenschwert! Ja, ja! Nein! Äh, Eisenbrock brauche ich nicht! Äh, ich glaube, ich crafte mir eine Deer-Spilz-Hacke, weil ich habe drei Deers! Oder... Jaja, Deer-Spilz-Hacke! Letztens habe ich eine Axt gekraftet, da haben Leute geschrieben, Flo-Deer-Spilz-Hacke! Hier ist sogar der Blaze-Borner! Wir könnten uns vielleicht aufteilen, aber... So wie ich dich kenne, stirbst du dann wahrscheinlich wieder! Komm nicht runter! Es sind viele Piggins! Du hast Goldrüstung, oder? Ich bin noch nie gestorben! Mit dem ganzen Projekt, gell? Nee! Okay! Äh, pass auf, hier ist ein Skeleton! Skeleton! Okay, sehen! Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden! Warte mal, kannst du hier irgendwie so ein kleines Loch machen? Äh, wohin denn? Einfach so ein... Einmal in den Boden! Wo die reinfallen! Ja, ja, wo die reinfallen! Wenn ich jetzt abbrache, glaube ich, werden die sehr böse! Oh ja! Warte, das geht auf dich! Okay! Baut das Loch? Zwei Blöcke tief! Ja, ist es? Nein! Das ist allerdings einfach nur zwei Blöcke! Okay! Mach... Nein, das ist zwei mal zwei! Einmal nur zwei tief! Einmal eins! Hast du? Du? Ey, ich glaube ich mach das mal selber! So! So ein ganz kleines Männchen nur! Ich glaube du wirst mich voll fliegen! Okay! Und jetzt alles weg! Guck mal! Und jetzt? Die sind sauer! Jetzt klappt! Das meinte ich schon mal! Ey, wie viele Pickles wir hier haben! Hier sind noch mehr hinten! Und jetzt kannst du denen das Gold geben! Ja, ja, ja! Leute, die Pickles hat, glaube ich, die Perlen gerade geklaut! Kann das sein? Echt jetzt? Einer hat gerade irgendwas in der Hand gehabt, was blau ist! Traden die? Ja! Ey, guck mal, die haben so viele Sachen hier schon getradet! Wir haben aber auch richtig viele Pickles hier, muss man echt sagen! Ja, mega! Hier hast du die abgelenkt! Okay! Wenn da jetzt nicht genug Sachen drin sind, dann weiß ich auch nicht weiter! Alle, ich hab so viele! Warte mal! Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord für die meisten Perlen jetzt hier! Wie viele haben wir denn? Ich weiß nicht! Warte mal! Oh mein Gott! Jetzt sind fertig! Ich hab alles! Au! Okay, okay! Sorry! Okay! Jo! Leute! Was? Ihr habt zwei Slicks gelost! Okay! Wir sind so safe! Können wir gehen? Wo bist du? Ich bin über dir! Hallo! Oh! Wenn du Sachen brauchst, dann nimm dir! Hier ist alles drin, was man jemals brauchen kann! Stopp! Er ist hier! Melonen! Nö! Hier hast du meinen ganzen Murr! Viel Spaß damit! Du mach ich nicht aggressiv! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, wie groß das ausschaut! Wie groß das ausschaut! Ganz nett! Oh! Ich glaub, der untere Teil der Beste ist wie eine Kalination! Ah! Lauf! Lauf! Was zum! Alter, der kam! Der war hoch! Wo bist du? Ah! Beim Blaze-Spawner! Okay, Leute! Das war ne neue Erfahrung! Aber wir haben Looting! Wir sollten schnell fertig sein! Wenn meine Blaze-Shots nicht in Lava fallen! Ich wollt' ja direkt lernen! Okay, wir haben hier schon ein Hang von, ich hab их ganz gut verstanden! Ah, gibt's ja nicht! Ich hab das schon Elliot gesehen, als ich war ¡Höööööööööööö! Du sagst so, nö, du stirbst nicht. Ein Block runter. Ein Block? Ich verstehe nicht mal, wo du gestorben bist. Die Festung connected D. Vier Rods, nice. Ne, das großig an Pennywise ist. Ich höre schon wieder. Ich sehe irgendwo eine Granisation. Sieben Playshots. Soll ich noch eine holen? Das reicht, oder? Warte, baust du hier gerade ab? Nee. Wo bist du? Lauf, 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 lauf. Mach zu, mach zu. Komm runter, komm runter, runter. Okay. Wir sind actually safe. Ey, ich habe so viele Sachen von allem. Wenn es noch mehr. Ich habe auch Playshots. Hast du genug? Wenn der nicht so absolut komische Geräusche machen wird, die ultra laut sind, wäre der vielleicht sogar ganz lieb. Pass auf, es sind viele. Was zum? Aber wo geht es denn hier hin? Hä? Hä, hier ist alles zu Stormbrick. Schöne nochmal. Oh, ich kann mich unten schneiden. Ich kann mich unten schneiden. Er macht alles zur Granisation. No. Guck mal. Hier ist Wasser. Ach was. Wir sind einfach los. Das Problem ist, wir sind langsamer und er ist schnell in Wasser. Am Anfang habe ich es gesehen. Er ist richtig schnell in Wasser. Nein, nein, er ist hinter uns. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Warte, warte. Er ist immer noch hinter uns. Was? Wie? Ähm. Okay, geht nicht weiter. Ähm. Oh nein. Keine Ahnung. Oh nein. Entfitriert alles. Warte, machst du das Portal? Ja, mache ich. Ah, kein Problem, er hat beim Plan zu Wasser gemacht. Go. Nein. Okay, let's go. Kommt der? Da ist er. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ey, was, wo sind wir? In einem Baum. Hey, wie geht sowas? Was? Okay, das habe ich auch noch nie gesehen, Leute. Ein großer Baum einfach. Dann lass das Stück weg, oder? Nicht, dass er noch... Ja, dann ist auch ein Baum. Komm, wir können, wir können, äh, hier. So. Warte. Mach, mach. Ja. Okay. Sache ist, Leute. Äh, wir haben sowas von... Ey, Leute. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Sachen gehabt in irgendeinem Run. Ich habe zwei Stacks Fäden. Ich hatte noch einen dritten Stack. Den habe ich weggeworfen, weil ich den nicht brauche. Okay, äh, was haben wir alles? Was, was, was? Hahahaha. Da darfst du auch da so Angst kriegen? Vom Tod im Galaxy-Lover-Print. Ey, Leute. Kein Spaß. Ich finde so zukunftsartige Galaxy-Sachen. Ich komme natürlich mit Lila. Richtig unterbewertete Farbe. So nice. Auch, äh, Dings, das Geburtstag-Design. Leute. Shop.cautity.com. Komm mal, ingame. Schaut so richtig leuchtend aus. Mit Neon, mit diesen Dingern. Mit dir auch. Dir stehls. Okay. Alles klar. Was brauchen wir jetzt? Äh, betten mache ich mir ganz schnell. Oh, wait, Dizzy. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Was ist die größte Kaninitation der ganzen Welt? In Minecraft? Äh. Der Stronghold. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt... Bist du hier drin? Ja. Okay. Schwert brauche ich nicht. Ich habe noch ein paar Fische, aber ich glaube, wir sollten safe sein. Okay. Achte, ob du den Stronghold irgendwo siehst. Hier hinten ist eine Ruine. Eine Ozeanruine. Ich hab... Ich seh S. Wo? Den Stronghold. S. Oh. S den Stronghold. S da hinten. Ich seh den auch, ich seh den auch. Okay. Ich seh jetzt keinen... Schau, ob du irgendwo den Anfang siehst. Das, was so ein bisschen raussteht meistens. Ich seh es gerade nicht. Wollen wir doch irgendwo rein hier? Das ist irgendwo rein, ja. Sieht aber groß aus, der Stronghold. Ja, ich glaub das... Bei links an der Seite ist was offen. Ich hab's gesehen, hab ich such den Anfang. Ach, ich hab hier... Warte mal, siehst du das? Da rechts? Hinter dem geradeaus, wo ich drauf zusteuere. Ah, das, ja, ja. Ja, dieses kleine. Das ist wichtig, weil das müssen wir länger im Stronghold zurück suchen. Okay. Runter. Und rein da. Okay, Leute. Jetzt. Ja. Ich seh. Ja. Der Stronghold ist unter Wasser. Hä? Es ist... Der Stronghold ist sein Zuhause. Die größte Kanalisation. Nein. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, was machen wir jetzt? Tauchen? Keine Ahnung. Hast du genug? Könntest du Luft anhalten? Wir können mit dem Boot fahren? Wir können mit dem Boot fahren hier innen drin. Lass mal warten. Der Button ist kaputt. Können wir nochmal... Ich fahr mal hier ab. Ja. Weil normalerweise sagt man, in der Mitte ist es am häufigsten... Oh, guck mal, das ist so creepy. Ey, sie da... Weißt du, was das Großigste ist an dem ganzen hier? Nein. Wenn er jetzt hier irgendwo steht... Wir können nicht laufen. Wir können nicht sprinten. Aber wir können Boot fahren. Oh, stimmt. Wo soll ich hin? Keine Ahnung. Wo soll ich hin? Leute, habt ihr schon... Seid ihr schon mit dem Stronghold mit dem Boot gefahren? Nee. Äh, ich glaube nicht, dass es hier ist. Warte mal, geh mal weg hier. Warte durch? Hier runter vielleicht? Ah, ja. Nee, hier ist es nicht. Ist zu weit, glaube ich. Es sind maximal fünf Räume. Und auch diese Gänge hier zählen aus Raum. Äh, am Anfang ging es doch nach... Oben weiter, oder? Ich glaube, ja. Ey, Leute! Es ist so komisch! Hier oben. Oh. Ja, ihr seht ihr? Ich hoffe, du hast Taucherausrüstung mit. Okay. Puh, hier Luftanhalt. Ja, hier ist... Zum Glück, Dings. Steig rein. Ah, ihr seht ihr! Nein! Hier ist das Portalraum. Portal, bitte, bitte, bitte. Komm mal rein, komm mal rein, komm mal rein. Ist er noch da? Schnell! Los, geh doch! Du singst, du singst! Leute, der ganze Portalraum! Äh, äh... Der ist richtig komisch! Der ist alles so mit Wasser! Er ist da! Weckspick! Oh, ich bin von unten drin! Oh mein Gott! Oh nein! 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 Was? Warte, sind wir jetzt im End? Wir sind im End! Stop! Nein! Wir sind nicht im End! Wir sind irgendwo in der Organisation wieder! Hä? Aber... Okay! Easy! Ja? Das ist nicht normal! Hier ist eine Fledermaus! Das ist auch nicht normal, oder? Ja! Warte mal! Der Luftballon! 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 Er fliegt zurück! Fliegt er hin? Er ist hoch! Ist er nach oben geflogen? Ich glaube, es macht wirklich nicht viel Sinn! Guck mal, die sind in Höhe 49! Wir sind irgendwo im Untergrund der Insel! Ich höre ihn! Oh Gott! Äh, komm ran! Komm her! Ja, Leute! Dann auf in die Kanalisation! Ey, Leute! Das Ende ihnen verfolgt wird immer weirder! Stopp! Was ist hier? Hier geht's rauf! Hier sind Ketten und Redstone-Lampen! Wer darfst du da hinwollen? Ähm, ich höre ihn! Hier ist das Ende! Oh nein! Trenn dich nicht um! Trenn dich nicht um! Trenn dich nicht um! Sneak langsam zurück! Jaaa... Nein! Ah! Nein! Es ist alles Wasser! Oh mein Gott! Er greift an! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Wir wie denn? Hier ist Land! Hier ist Land! Das ganze Ende ist ne Kanalisation! Ähm... Leute, was ist der Plan hier? Was ist der Plan hier? Was ist der Plan hier? Es fließt hier alles runter! Nein! Der Train kommt schon! Oh mein Gott! Ich mein wir können mit dem Boot fahren! I don't know! Es ist hier! Andere Seite ist die andere Seite! Ich hab ein Boot gesetzt! Ich hab ein Boot gesetzt! Ich bin drüben! Äh... Nein! Wo bist du? Ich hab auch ein Boot! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Ich glaub wir sind mit dem Boot! Wenigstens schneller hier! Ja true! Wir können auf dem Boot stehen! Wir sind einfach im Boot! Oh ich seh ihn! Er ist hinterm Tower irgendwo! Kommt! Nein! Das geht sich nicht aus! Äh... Bleib im Boot! Wir müssen safe spielen! Wir haben nur eine einzige Chance ihn daran zu besiegen! Er ist hier! Äh... Nach links fahren! Nach links fahren! Nach links fahren! Der Wasser? Wo ist der? Zurück! Zurück! Um die Tower herum! Wo ist der? Nein! Er schwimmt hier! Nein! Äh... Lenken ab! Lenken ab! Ich schieße! Ich schieße! Yes! Er kommt! Nein! Ich muss von unter Wasser den Drachen gehen! Es ist bei mir! Hast du das? Äh... Ich hoffe! Ich sehe gar nichts! Komm schon Drache! Komm schon! Ich hab's! Yes! Komm schnell! Warte! Gehen das Portal überhaupt an? Es ist hier! Es ist hier! Es ist hier! Äh... Keine Ahnung! Keine Ahnung! Nein! Komm! Lass mich ins Boot! Lass mich ins Boot! Fahr rein! Fahr rein! Ich fahr rein! Aber... Abonniert mich! Nächste Folge! Kommt am Samstag um 15 Uhr! Äh... Ab sofort! Bis zum nächsten Mal da rein! Und tschau! Leute! Bist du ready? Dann hol dir jetzt ein eigenes, flauschiges Plüschtier für zuhause! Saftig! Manfred! Totem! Blocki! Meloni! Baby Chaos Row! Und viele mehr! Mit dem eigenen Plüschtier deiner Seite begleite ich deinen kleinen Freund durch den Alltag! Nur jetzt auf shop.chaoswitty.com! Bis zum nächsten Mal!